Hallöchen, ich bin Anita Bleidinger. Du siehst Chronic Hates Trout Tuesday, wo ich immer dienstags verschiedene Hacks ausprobiere, die ich im Internet finde. Und ich habe was gefunden, wie man mega easy so kleine Maschall selber machen kann, um das Geschenk, wenn du das dann einpackst, ein bisschen zu pimpen. Geht super easy. Du brauchst dafür eigentlich nur das und das. Los geht's! Und dafür brauchst du hier so eine Gabel. Entweder so eine Fette, die ich habe. Oder wenn du ein dünneres und schmaleres Bändchen hast, reicht auch eine ganz normale Gabel, aber weg mit der, sondern her damit. Und dann bräuchtest du so ein Geschenkband. Es muss jetzt nicht so eins sein mit so einer Struktur. Eigentlich besser ist es, wenn du ein Bändchen hast, was aus so einem Satinstoff ist und Anführungszeichen. So und los geht's. Also wir packen das jetzt so webartig um diese Gabel herum und weben das jetzt einfach. So rundherum. Und schauen wir mal, wie das hier aussieht. Weil jedes Mal, wenn wir hier einmal um die äußere Kante halt kommen, von dieser Gabel, haben wir eine neue Schleife. Wie sie dann gleich sehen, easy go. Also einmal rauf, einmal runter. So und jetzt sind wir gleich fertig. Wir haben jetzt jeweils zwei Reihen. Eins, zwei, eins, zwei. Jetzt schieben wir das so ein bisschen in die Mitte. Und jetzt müssen wir das ganze Zeug so irgendwie verbinden. Deswegen nehmen wir hier so ein dünnes Bändchen, packen das hier in der Mitte durch, schnippeln das Ende ab und machen da jetzt schnell einen Knoten durch. Das muss auch ab. Und jetzt ziehen wir den ganzen Spaß von der Gabel ab. Und schon haben wir ein super süßes Mäschchen, das dein Geschenk definitiv pimpt. Und wenn der Inhalt nicht ganz so cool ist, hast du dann gleich super easy, eine richtig süße Dekoration. Kannst dann theoretisch die Bändchen dann noch abschneiden oder lässt sie noch da dabei. Also ich finde, das geht echt easy und ich finde, das schaut auch ganz nett aus. So, was sagst du zu diesem Mäschchen? Bist du da auch nicht so besonders gut in Geschenke verpacken? Dann schreib es mir jetzt gerne. Und falls du auch noch irgendwie einen guten Do-It-Yourself-Tipp hast, dann schreib es mir auch. Wir sehen uns nächsten Dienstag wieder. Bis dann. Tschüss.